Servus und willkommen zum zwanzigsten Teil und zum einundzwanzigsten Buchstaben von Reidel Befestigungs ABC. Heute stelle ich euch den UX Dübel oder auch unter Universaldübel bekannt von Fischer näher vor. Der UX Dübel von Fischer kann durch sein Funktionsprinzip des Verspreizens beziehungsweise des Verknotens im Voll, im Loch und auch in Plattenbaustoffen verwendet werden. Daher kommt natürlich der Name Universaldübel. Im Vollbaustoff spreizt sich der Dübel gegen die Bohrlochwand und im Loch beziehungsweise bei Plattenbaustoffen verknotet sich dieser. Der Dübel besteht aus Nylon und ist perfekt dann geeignet, wenn der Verankerungsgrund unbekannt ist. Die sägezahnförmigen Verdrehsicherungen verhindern das Mittdrehen im Bohrloch. Dadurch wird die größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. Es gibt den UX Dübel in zwei unterschiedlichen Typen und in zig unterschiedlichen Lieferumfängen zu kaufen. Es gibt den Dübel sowohl in der Ausführung mit Rand, dieser wird vor allem bei Hohlwänden und in Lochsteinen verwendet, damit ein ordentlicher Gehalt gewährleistet werden kann. Außerdem gibt es ihn natürlich auch ohne Rand, dieser wird dann in Vollbaustoffen verwendet. Den Universaldübel UX von Fischer gibt es in den Durchmessern 5, 6, 8, 10, 12 und 14 Millimeter und in einer Länge von 30 bis 75 Millimeter. Je nach Ausführung kann es einzelne Durchmesser oder Längen nicht geben. Welche Ausführungen in welchen Maßen es genau gibt, blenden wir euch jetzt hier ein. Neben den zwei unterschiedlichen Ausführungen kann auch beim Lieferumfang zwischen drei verschiedenen entschieden werden. Es gibt einmal den Lieferumfang mit Schraube. Hier kann entschieden werden zwischen Senkkopfschraube oder Sechskantschraube. Dann die Ausführung mit Haken. Hier kann unterschieden werden zwischen Rundhaken oder mit einer Ösenschraube. Die dritte Variante wäre diese mit Winkelhaken. Die habe ich leider aktuell nicht zur Hand. Dazu blenden wir euch jetzt hier ein Bild ein. Und die letzte Variante ist natürlich lediglich der Dübel entweder mit oder ohne Rund. Kommen wir zur letzten Frage, die beantwortet werden muss. Und zwar, wie funktioniert die Verarbeitung bzw. was benötigt ihr dazu alles? Zum einen braucht ihr natürlich euren Dübel und die passende Schraube, einen Bohrhammer und den entsprechenden Bohrer, ein solches Ausblasgerät wie das ABG von Fischer zum Säubern des Bohrlochs und einen Hammer. Hast du dein Werkzeug zusammen, muss in dem Baustoff das entsprechende Loch gebohrt werden. Wie groß dieser sein muss, findet ihr in den technischen Details des UX Dübel wiedergegeben. Habt ihr das erledigt, säubert ihr euer Bohrloch mit Hilfe des Ausblasgerätes und schlagt anschließend den Dübel mit den Hammer ins Bohrloch. Abschließend könnt ihr euer Anbauteil mit Hilfe der passenden Schraube im Dübel befestigen. Die Maße der geeigneten Schraube findet ihr ebenfalls in den technischen Details. Bei dem UX Dübel mit einem Durchmesser von 12 mm könnt ihr eine Schraube mit den Durchmessern 8 und 10 mm benutzen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Vergesst nicht euren Artikel mit U für die Community Runde in die Kommentare zu schreiben. Um was es bei dieser Runde geht, habe ich bereits im ersten Video erklärt. Dieses blenden wir euch gerne nochmal ein. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Like gebt, unseren Reitel Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis zum Buchstaben V, euer Lukas.